Gehen wir hier entlang, nehmen wir den altbekannten Weg. So, erstmal die Prinzessin befreien, es passt auch ganz gut zum Teufel, den wir gerade spielen, wie es ein Ding ist. Wie fängt die Prinzessin für sie nicht gut? Warten wir, warten wir, warten wir, warten wir. Wollen wir die echte Prinzessin? Hm. Du hast den Modi. Okay, einmal den dunklen Nordzweck. Wie wollen wir das jetzt schaffen? Dafür bricht man durch den Enterhaken. Dann kommen wir hier irgendwie oben raus. Ich glaube nein. Hm. Hm. Okay, ich habe die Idee. Ich habe die Idee. Der Ausgang. Oh, ein Hinweis. Und ich gehe mal bei den dunklen Nordzweck. So, weiter gehts. Modis Mutter beiseite gelassen. Wasserfallpassagen. So, weiter gehts. Oh, nur. Wie ne? Okay, Gifles junto. Ah, ja, ja. Schwert haben wir mal mit. Hoffentlich. Ja, haben wir mit. Jetzt können wir hier durch. Ein bisschen Hinweis. Würde ich mir gerne mal holen. Da wird nicht alles versauen. Oh nein. Holen wir uns später. Nicht ablenken lassen. Ach, nö. Teufel und Modi beschlossen sich nach dem langen Reisen zu entspannen. Ich dachte, ich hätte hier ein anderes Ergebnis. Ach, du Schande. Die Entspannung würde nicht lange dauern. Volles Haus. Ende 86. Genau das. Ach, du Schande. Die Scheune wackelt. Ja, sehr toll. Oha. Es passt zum Teufel. Ich glaube, jetzt kommen wir in die Wüste damit. Teufel lebte ein langes Leben mit Modi, bis sie schließlich verstarben. Zum Modi's Mutter zurückgekehrt wurde Teufel Junior zum neuen Helden des Königreichs gewählt. Ja, ja. Sie haben ein Kind ausgewählt. Das einzige Kind in dieser Stadt. Teufel Juniors Haus. Ach, süß. Ach, süß. Hatten wir den Kind schon mal vorher? Oh. Ja, gut. Es geht. Wir können mehr zurückhalten. Es gab, glaube ich, ein Ending, wo wir das nicht konnten. So viel können wir tragen. Der Kleine ist aber sehr stark. So viel tragen kann. Tja, das ist ja mal Items als Zelt. Ich habe es nicht für Möglichkeiten, so viele Items zu tragen. Aha. Okay, dumme Klappgrund. Ich denke, jetzt müssen wir hier weiter. Jetzt haben wir 4 Items tragen. Das habe ich vorher absolut nicht für Möglichkeiten gehalten. Das haben wir jetzt wahrscheinlich nicht abbekommen. Das haben wir 4 Items tragen können. Also mit den Sachen sind wir jetzt natürlich schwer genug. Wir können das hier runter senken. Wir konnten aber bisher nicht durch. Wir sind durch. Wir sind durch. Ich glaube, das sollte man oben lassen, falls wir nochmal durch wollen. Endlose Wüste. Juhu. Willkommen in Endlosen Wüste. War nur diese Wüste sehr endlos. Wir sind durch die Endlose Wüste und sammeln einen Hinweis auf. Und wir laufen weiter durch die Endlose Wüste. Wir werden die Endlose Wüste durchqueren. Oh, wir haben die Endlose Wüste durchquert. Schon müde? Mach dir keine Sorgen. Hier ist eine Abkürzung. Natürlich nehmen wir die nicht. Wir gehen weiter. Hier hat die Abkürzung nicht gefallen. Okay, hier ist mehr Wüste für dich. Mehr Endlose Wüste. Weiter durch die Endlose Wüste. Wir schaffen die Endlose Wüste. Oh, weicher wohnen. Sekunde. Ein versteck in der Wüste. Grüner Kristall. Okay, wir gehen wieder nach rechts. Wir haben eine Kristall bekommen. Dann gehen wir durch die Endlose Wüste. Durch die mehr Endlose Wüste. Ende der Endlosen Wüste. Ach was. Fällt es wirklich zweimal drauf hinein? Ja, irgendwie müssen wir ja. Hm. Und dann, hops. Wenn wir zurückgeschleudert. Na toll. Oder auch nicht. Wüstenhimmel. Ähm. Was genau? Ähm. Ja. Toll. Warnungsstarke Hunde. Oh. Eine Truhe. Warum sollte Teufel Junior seine Suche ignorieren? und 2000 Meilen in der Wüste durchqueren. Natürlich um als erstes das neue MyPhone Modell zu bekommen. So ein Fanboy. Die Odyssee von Teufel Junior. 1,88. Am selben Tag. Jetzt können wir jetzt wieder in die Wüste kommen. Jetzt müssen wir das Zweifel wieder sammeln. Ich gehe nochmal in die Wüste und versuche nochmal den anderen Grat auszulösen. Das Schwert brauchen wir. Wir können viele Sachen tragen. Die Schaufel. Wie war das? Die Schaufel. Haken und die Bombe. Um da rein zu kommen. Dann machen wir den ganzen Weg nochmal. Auf in die Wüste. Jetzt ne leckerer Abkürzung für. Dann machen wir den ganzen Weg. Dann machen wir den ganzen Weg. So Bombe. So. Hier durch. Und bis zum Schloss. Stunden später sind wir immer wieder angekommen. Ich probiere jetzt den Gazir aus. Jetzt bestimmt auch noch ein Ending für. Ich schläge uns wahrscheinlich nur zurück. Aber was weiß. Alles. Vielleicht gibt es ja ein Ending für. Wenn nicht, laufe ich nochmal durch die ganze Wüste. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende der Endlosen Wüste. So weit ist es ja nicht. Schauen wir mal, ob es da noch was gibt. Am Ende der Endlosen Wüste. So Endlos. Die Endlose Wüste kann man nicht. Dann müssen wir mal die Abkürzung. Was hab ich denn? Kameragrenzen. Okay. Na das war klar. Okay. Dann guck ich mir mal noch was. Was am Ende der Endlosen Wüste ist. Muss man nicht das Smartphone holen. Wenn da jetzt wieder nur das Smartphone ist, dann... ...dann... 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 ...dann widmen wir uns anderen Endings. ...und... ...Stunden später. ... ...dann wir drüber hopsen. Und weiter durch die Meereendlose Wüste. Das soviel Wüste wird mir gleich mal... ...leicht glatt lustig. Muss gleich mal einen Schluck trinken. Den kriegste haben wir schon. Und müssen wir ihn nochmal einsammeln. Dann machen wir uns das Spektakel nochmal. Erstmal einen Schreck kriegen wir mal zurück. Welches wird... ...denkt man schon, das war's jetzt wieder. Nö. Wunder... ...wunder... ...auch... ...dann doch nicht. Okay, da hoch können wir nicht. Warnung Starnke Winde... ...Warnung Ess... Okay, hier geht es schneller nicht. Nicht mehr weiter hoch. Jetzt auch nicht mehr weiter... wenn wir nur das smartphone tja das smartphone diese erinnerung wird man die nächsten die 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 Bis zum nächsten Mal.